Da hinten vielleicht? Äh, nee. Schauen! Ich will speichern, Alter. Ich will speichern! Nee. Ich will speichern. Ich will speichern. Ich bin ein Spezimmer. Wer ist du? Richard James. Ich studiere Biologie auf der Campus. Und ich beziehebte die Delta-Theta-Gamma-Bereine. Was sind diese Dinge? Für jetzt, all I can sagen, ist, dass es, oder, war, 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 war. Die Organs sind alle da. Es sind alle diese purpleen Marken. Das ist verrückt. Ich weiß, dass das Tattoo ist. Aber wir sah ihn nicht lange, war es gut. Es ist das Flower, das hat das gemacht. Das Flower? Das, was wir sahen. Given the nightmares I've had, I'm inclined to agree. Students remain as they are. Quite oblivious of certain biological laws. We took an energy drink to fight off a headache. Maybe that counters whatever it is that makes you go crazy. Hell, I don't know. I haven't felt anything. I'm gonna do some tests on this Flower and this student. You'll find an exit if you go through the dance hall. Good luck. Wait. The resistance of these things comes from the special proteins contained in their blood. They are especially concentrated around the heart, which contains tissue that oxidizes more slowly. Use this syringe to take some blood directly from the organ. The oxidized proteins will give you an energy boost. I assure you, it's completely harmless. We can only save it. Yeah. I think I'm going to play with Amy. Because Amy... Yeah, she can play with us better. But she... Yeah, and she can solve all the rules. But the other can hack. We're not going to fall for us. The people must be like that. You should be like this. The ones must be like this. Maybe they're like this... You should have a man and I'm like... Yeah, okay. Yeah. Yeah, but the ones must be like that. Ich finde, die beiden schlagen viel besser als die anderen Lebewesen da. Ja, und die Jungs sind unnötig. Obwohl, die können ziehen, wir Mädchen nicht. Dritte Stufe, Menschenliebe. Wir haben eine Stufe vergessen, glaube ich. Also, dritte Säule meine ich, nicht Stufe. Menschenliebe. Ein Leben mit Fehlern ist nicht nur ehrenhafter, sondern auch nüßlicher als ein Leben des Nichtstuns. George Bernard Shaw? Keine Ahnung. Menschlichkeit ist die erste Tugend in unseren Brüdern. Ja? Hallo? Klingt stark nach Emilia Galotti. Und Schwestern müssen sich die Konsequenzen ihrer Handlungen widerspiegeln. Und die Menschlichkeit muss ihre Priorität sein. Selbstmöglichkeit und Menschenliebe wird sie leiten. Geil. Ich komme nicht mehr hoch. Ja, bleibst du nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber... Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir jetzt beide Mädchen oder... Und lass uns mal beide Mädchen nehmen. Die sind alle so wichtig, ey. Ja. Wo müssen wir denn raus, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was wir jetzt machen sollen. Nein. Schauen. Aus dem Mittelalter sein. Oh, schuldigung. Hi. Will ich hier die Spritze benutzen? Will ich die Spritze benutzen? Will ich die Spritze benutzen? Ich weiß nicht. Es wird Verserung. Ich weiß nicht. Nein. Was ist denn das? Ich habe das nicht gelesen. Es ist zu schwer für mich. Oh. Ja, dann nimm halt... Hier, Kenny. Nimm Kenny, ey. Kenny? Ja. Echt? Soll ich Kenny nehmen? Hi, Kenny. Nee, du tust Brot. Hier passen die mir nicht so zusammen, aber trotzdem, mach das mal. Greif das mal. Dankeschön. Kenny, das kann es auch wieder gehen. Haha, nach dir, Mädchen. Du bist aber vorgelaugt. Ja. Unhöftiges Monster. Ja. Ich bin aber auch eine Lady. Ne. Musik. Da kauft dieses Typ nicht auf dem Boot. Hey, we're not at the Superbowl, you know. Superbowl. Ich bin nach unten. Tschüss. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich bin runtergesprungen, hast du? Hallo. Ist ja irgendwie was, ich sehe nicht. Ja, ich komme gleich runter. Ach, jetzt. Ja. Sind hier Wesen oder so? Ich hänge, ach so. Du musst auch auf runter. Au. Ja, hallo Kenny. Hi. Ach so. Ist ein Stuhl, halt. Oh mein Gott. Wow. Du bist ja schön. Wir haben den einen Schlüssel ja auch gar nicht, ne? Ne, aber ich muss mir nicht. Geh da nicht ran. Hä, wie funktioniert das jetzt? Mach mir das denn jetzt? Mach mir das denn jetzt. Mach mir das denn aufstellen, wenn ich ihn aufstellen könnte. Curry, ich brauche mir auch noch Curry. Sollen wir wieder den Charakter wechseln? Was? Was brauchst du? Ja, wir brauchen Curry. Warum? Ja, irgendwas mit, könnte irgendwie da raufklettern und dann könnte er irgendwas anderes machen. Wollen wir mich verarschen? Also erst als du da kletterst. Kletthorror. Ach ja, Entschuldigung. Ich wollte mich... Ah, du hast nach vorne geschlagen. Können wir uns nicht auch hier porten? Ja, wir kennen die Karte. Stimmt. Öffne den Notausgang im Partyzimmer. Warum kann man das nicht lesen? Das ist ja voll verstellt. Was ist denn das? Ich gehe da einfach nur rauf. Das geht nicht. Mann! Ja, lass mal kurz da hochgehen. Oder? Ja, lass mal kurz zurückgehen. Oh mein Nacken. Ah, das tut so weh. Schneid das bitte raus. Ich hab das jetzt aber gesagt. Können wir nicht mal hoch, oder was? Doch. Ach so. Ich will auch hoch, ich will auch hoch. Ich will auch hoch, ich will auch hoch. Opfer bleibt jetzt unten. Nein. Na, hi. Wie bist du denn jetzt hier hoch? Neu sich auch nicht. Ich bin geflogen. Ich bin gefallen. Aua. Kaui? Wann ich weiß, wie du heißt? Tippi? Hallo? Ops. Aua. Ich sag ja, Kenny ist total überflüssig. Kenny ist aber nur Kenny. Er sollte auch sterben. Wo ist er denn? Kori? Kora. Kori. Kori Ketchup. Wo bist du? Kann ich auch dich sein? Nein. Zum Glück. Ja, wo ist er denn? Kannst du hier irgendwas machen? Weil... Was ist denn? Hier. Hä, wo ist er denn? Oh, der ist... Der ist gar nicht da. Oh, ist er ja gar nicht. Oh, scheiße. Oh, doch. Hä, doch. Muss er doch. Ich bin voll aufgefressen. Ich bin voll aufgefressen. Da sitzt er doch. Hey, du Opfer. Setz dich doch nicht um die Ecke, ey. Lauf aber weiter. Ich liege kurz auf den Boden. Ja, ich laufe weiter, während du da so liegst. Darf ich? Ah, auf. Das kommt einfach... Hör auf. Die soll nicht mehr lachen hören. Er ist nur die Tür. Please. Hi, hi, hi to tie. Okay, ja. Space, sexy. Hier, wir sollten weiter spielen. I want to... Ja. The sky. Benutzen. Was benutzen? Hä? Benutzen. Ich kann nicht. No. Ah, damit kannst du die Dinger wegmachen. Den Schatten. Oh, cool. Hi. Ich weiß nicht warum. Los, draufhalten. Jetzt geht man da runter. Sollte ich vielleicht ja wohl kommen. Ah, halt da mal drauf. Hä? Ich will eigentlich, dass du es kaputt machst. Nein! Okay, dann mal runter. Mal kaputt oder so. Nein. Okay, du musst ihn jetzt irgendwie... Scheiße. Kannst du auch hier hinziehen? Ja, ich versuch's gerade, aber es geht nicht. Oder muss das irgendwie... Da ist es. Na, Vorsicht, das ist gerade... Ich sehe gerade nicht, wo das ist. Oh, kurz. Mal hier. Da. Äh. Ich will gerade da hin. Deswegen. Ach, cool. Geht nicht. Lange. Oder? Nein, okay. Dann musst du irgendwie da hin. Dann musst du hier hin und dann... Ah, ne, noch mal nach unten. Nur mal zu nehmen. Kannst du's bewegen, weil so? Ne, ich kann nur drauf springen. Greifen. Ich konnte eben was greifen. Ich weiß nicht, ich kann wieder... Hä, vielleicht brauchen wir doch Candy, aber... Ja, ah. Oh, oh. Müssen wir zu essen. Ja. Ah, ich... Ja, mach nochmal. Jetzt. Ja, macht's nicht. Ja, mach das nicht. Brauchen wir vielleicht doch Candy, damit das zieht. Ja, aber der Typ, die hat doch auch das andere da gemacht. Was gemacht? Die Regale verschoben. Das war er doch auch, oder? Nein, das war Candy. Ja, dann müssen wir Candy holen. Ja, bewegt dich... Ich bewege du dich und ich lege mich wieder hin. Ah, ist das gemütlich. Ich hätte jetzt gern ein Eis. Wollen wir zu der bösen Tankstelle gehen, die das Eis teurer gemacht hat? 20 Cent teurer. 20 Cent. Könnt ihr euch das vorstellen? 20 Cent. Das kostete 1,60 Euro. Jetzt 1,80 Euro. Und ich hatte nur 1,60 Euro dabei. Und dann musste sie sich ein anderes Eis kaufen. Ja. Schlimm. Hi, 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 total. So, ich muss wieder mein tolles Gerät... Der Gerät. Ja, du willst auch das Gerät finden. Äh, ja. Wo war denn das jetzt? Warte. Du rennst da hinten rum? So. Und Bäm. Ops. Ist das gleich? Ja. Wohin damit? Ach, du musst, du musst mich verfolgen. Wow! Wow! Vanessa! 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 Ich seh'n... Ich seh'n... Ich seh'n schon hier kommen, oder was? Komm wieder hoch! Komm, komm hoch! Lauf! Komm ganz hoch, komm ganz hoch. Kommt der da her? Ich seh'n schon mal runter? Was? Mit dem Licht? Weiß nicht, was ich dir gesagt hätte. Mit dem Licht kannst du gleich die Monster bestrahlen. Ich seh' die nur nicht. Muss ich runtergehen? Nein. Nicht dafür. Ich seh'n schon mal runtergehen. Da... Da rechts... Miau... Da... Da sind sie. Wo ist... Nee, ich so ein bisschen los. So. Ich so ein bisschen... Licht! 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 So leer. Vielleicht komm ich nicht hin, das weißt du, ne? Ja! Du bist raus, Mann! Ist hier noch irgendwas? Oh! Fertifizierung. Achso! Geil! Wozu ist das jetzt? Weiß ich nicht! Es ist einfach da! Wir haben ja nicht zugehört! Okay, dann hol ich dir mal das... Das hat... Oh Gott! Mh... Wohin damit? Ja... Wohin halt... Ich... Ich... Da... Äh... Hier ist mein Licht. Da! Die Schau gehört dir! Da muss der hin, oder? Genau! Wo ist das hin? Da, oh! Zu der Tribüne bestimmt da, ne? Ja, hier komm ich ja eh nicht weiter in der Mitte. Ja... Okay... Versuch mal, da ich einfach da auf... Jetzt... Ja... Kannst du da hoch? Ich wette, wir brauchen... Sie sind scheiß Typen, ne? Ich wette, wir brauchen... Wir brauchen bestimmt's! Ja... Natürlich... Das ist... Das wäre aber dem nicht, weil man immer wieder den Charakter wechseln muss. Oder wir hätten einfach schon die ganze Zeit. Ja... Soll ich... Soll ich ihn spielen? Ne, wir brauchen aber auch eigentlich jemanden, der die Rätsel lösen kann. Dafür bräuchten wir ja dann die Shannon, ne? Amy... Mein ich ja. Mein ich doch. Okay, holen wir uns ganz kurz einen anderen... Oh, vor allen Dingen wir! Ja... Ich... Ich lebe mich hin und laufen mit... Siehst du, ich laufe? Ja, ich... Oh nein, ich fang nicht da rein! Also dieses Let's Play wird sehr lange dauern. Aber es ist doch lustig. Diesmal weiß ich, in welcher Ecke der Heckenpenner sitzt. Entschuldigung. Heckenpenner... Aber weißt du was? Ich würd's sagen, wir beenden gleich die Aufnahme. Ja, gleich, wenn wir im... In da sind. In dem Raum sind wir nicht da. Also jetzt, ne? Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute und schau, ne? Tschüss! Ich würde mich immer auf meine Seite ausschauen... Wenn ich mich nicht daue! Ich würde mich nicht daue. Ich würde mich nicht da...